Diese Woche haben wir das Thema Unterwegs sein. Zum Beispiel im Auto. Und es ist wichtig, dass man auch unterwegs sich ein bisschen anders bewegen oder entspannen kann. Wichtig ist zuerst einmal im Auto der Sitz. Wenn Sie einen Mietwagen haben, gut hinsetzen, so wie im eigenen Auto. Macht es euch bequem. Schaut die Seitenspiegel und Rückspiegel an. Das ist ganz etwas Wichtiges, auch wegen der Kopfbeweglichkeit. Und so seid ihr mal unterwegs. Die Übungen sind nicht gedacht, um unterwegs Übungen zu machen. Das ist viel zu gefährlich. Sondern, wenn ihr im Stau steht und ihr steht vor einem Rotlicht, dass ihr einfach dann kurz etwas machen könnt. Mal wichtig, wir beginnen mit den Füssen. Einfach beide Füsse. Ganz fest gegen den Boden drücken. Ihr werdet ein wenig gelupft. Das heisst, der ganze Rücken wird so ein bisschen entlastet. Und ihr könnt gerade wieder loslassen. Für oben die Schulterblätter. Nacken könnt ihr ein wenig nach vorne lehnen und euch hier ein wenig wegstossen. Herunter drücken, lang machen, einen geraden Nacken. Hier oben ein Moment bleiben. Und langsam wieder loslassen. Ja. Lernet euch dann nochmal hinten. Nehmt die Hände. Hinter die Nacken stützen. Das ist eine Entlastungsstellung für den ganzen Rücken. Versucht hier den Kopf ein wenig anzulehnen. Nackenmuskeln ein wenig zu entspannen. Das tut gut. Als nächstes mit den Arm. Nehmt ihr den Arm gegen das Autodach. Und drückt ganz fest das Autodach nach oben. Und wieder loslassen. Nehmt die Hände als Steuerrad. Das sind auch altbekannte Übungen. Ihr könnt das Steuerrad ein wenig zusammendrücken. Dann wieder loslassen. Wenn ihr immer noch sitzen bleibt. Geht ihr ein wenig nach vorne. Zum Entlasten kann man auch mal den Kopf auf die Unterarme und den ganzen Rücken ein wenig entlasten. Sitzet nochmal gerade auf. Ohne anzulehnen. Wichtig ist auch den Kopf zu drehen. Nach rechts und nach links. Wichtig wegen der Verkehrssicherheit. Dass das gut geht. Oder auch ein wenig dehnen. Das Ohr richtig schultern. Ohne dass die Schulter hochkommt. Ihr sitzt schön mit der geraden Wirbelsäule. Und nur den Nacken ein wenig entlasten. Dann lehnt ihr langsam hindern. Auch die Augen werden gemüt beim Autofahren. Schaut gerade aus und einfach eure Augen rollen. Macht einen Kreis. Schaut einen Kreis an. Oder zeichnet einen Kreis mit euren Augen. Auf die andere Seite. Gut. Und um die Augen noch ein wenig entspannen. Könnt ihr die Hände zuerst ein wenig reiben. Es gibt ein wenig Wärme. Es gibt aber auch ein wenig Energie. Lernt dann noch einmal hinteren. Dann legt eure Handflächen auf die geschlossenen Augen. Und versucht so eure Augen ein wenig zu entspannen. Vielleicht fängt es ein wenig an zu kribbeln. Das belebt eure Augen wieder. Und so sind ihr wieder wach. Dann nehmen wir noch einen Schluck Wasser. Und dann weiterhin gute Fahrt. Am besten ist natürlich immer noch eine Pause machen. Einen Unterbruch. Aussteigen. Die Beine ein wenig schütteln. Noch ein wenig bewegen. Die Luft ein wenig geniessen. Die neue Umgebung. Und wenn es den Beinen gut tut. Kurz ans Auto hinlegen. Und die hinteren Muskeln von den Beinen. Die ja meistens im Auto sind. Die wieder ein wenig dehnen. Und dann an die andere Seite. Und wenn ihr einsteigt. Könnt ihr euch gut noch ein wenig strecken. Tiefe und ausatmen. Und dann sind ihr wieder frisch und fit zum weiterfahren. Wenn ihr halt mit dem Auto unterwegs seid. Gibt es nicht viele Möglichkeiten. Aber es gibt sie. Gewisse Sachen gehen auch im Zug. Im Flieger. Mit dem Entlasten. Mit dem Nachhaufentrücken. Es sind einfach isometrische Spannungsübungen, die ihr überall machen könnt, wenn ihr sitzt. Wenn ihr habt. Wenn ihr seid ihr habt. theyll nicht wirumen. the es ist Bis zum nächsten Mal.